SRF Virus Essential Tune Er kommt aus Serbien, aus Belgrad, wenn es mir recht ist. Und mit seiner Lost in Time oder seiner Return Journey hat er für mich in den letzten fünf Jahren ein paar wirkliche Monstertracks produziert. Jetzt ist längere Zeit wieder ein bisschen ruhig gewesen um den Nemanja Kostic. Und diese Woche hat er mir das noch geschickt, ist jetzt auch gerade Gäste rausgekommen. Und zwar aufs Trip. Das kommt aus Serbien. Das ist der Nemanja Kostic und das ist seine neue Platte. Und heisst er Voyage. Ebenfalls Essential. Die 20-minütige Essential Mix gibt es ab dem Montag gratis zum Downloaden auf iTunes und auf virus.ch und selbstverständlich auch die ganze Sendung. Die heisst Mantle X Electronic. Und ab Montag am Morgen sollten es meine Kollegen bereit und up-loaden haben. For free natürlich. Juhu! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.